Gary Michael Hilton wurde am 26. November 1946 im US-Bundesstaat South Carolina geboren. Bekannt wurde er als The National Forest Serial Killer. Über ihn ist nicht viel bekannt, nur dass er 2005 ein französisches Studium mit einem Bachelor abschloss. Im selben Jahr, am 7. Dezember 2005, verschwand die 26-jährige Rossana Meliani beim Wandern. Zuvor war sie mit einem älteren Mann gesehen worden. Später stellte sich heraus, dass es Hilton war, der sie später zu Tode prügelte. Im Jahr 2006 wurde die 46-jährige Cheryl Dunlap vermisst gemeldet. Später wurde entlang eines Highways ihre enthauptete Leiche gefunden. Am 21. Oktober 2007 fand man die Leichen des 80-jährigen John und der 84-jährigen Irene Bryant. Auch diese beiden waren von einem Wanderausflug nicht zurückgekehrt. Am 6. Dezember 2007 fand man die zerstückelte Leiche des 27-jährigen Michael Scott Lewis. Er war ebenfalls auf einer Wanderung gewesen. Am 4. Januar 2008 wurde Gary Hilton festgenommen. Ein Zeuge hatte ihn auf der Straße als den unbekannten Begleiter eines der Opfer erkannt. Am 8. Januar 2008 führte Hilton die Ermittler zur Leiche der 24-jährigen Meredith Emerson. Vier lange Tage hatte Hilton sie geschlagen, gequält und versucht, ihre Kreditkartennummer aus ihr herauszubekommen. Nachdem er vier Tage lang erfolglos gewesen war, hatte er sie erstochen und schließlich enthauptet. Seiner eigenen Aussage nach hatten sie einige gute Tage zusammen verbracht. Am 30. Januar 2008 bekannte Hilton sich für schuldig, Emerson ermordet zu haben und erhielt dafür eine 30-jährige Haftstrafe. Für seine weiteren Morde erhielt er lebenslange Freiheitsstrafen und die Todesstrafe. Bis heute wartet Gary Hilton auf seine Hinrichtung. Am 30. Januar 2008 bekannte Hilton. Am 30. Januar 2008 bekannte Hilton.